Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 6. Januar 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 759 und heute habe ich die folgenden Themen mit dabei. CS 2020, Google News, Google Maps, Klimawandel, Werbung und Xiaomi. Ich beginne gleich mit dem ersten Thema. Logischerweise, sonst wäre es nicht das erste. Genau, die CES 2020 startet diese Tage und es geht wieder einiges in Sachen Tech-News. Da wird mir sicherlich nicht langweilig, denke ich dochmals in diesem Jahr. Und ja, was sehen wir da? Wir sehen unter anderem Autos, habe ich gehört. Verschiedene Hersteller haben ihre neuesten Modelle, die sie da zeigen werden. Wir werden KI sehen im Sinne von neuen Möglichkeiten und neuen Gerätschaften etc., die diese Möglichkeiten unterstützen und natürlich auch eine Menge neue Hardware. Normalerweise werden vielfach solche Notebooks oder Laptops von Herstellern wie Acer, was haben wir, Lenovo, Asus etc. an der CES gezeigt und vielfach dann auch ein halbes Jahr später doch nicht auf den Markt gebracht, aber das ist eine andere Geschichte. Und man wird auch von AMD Neues sehen im Bereich Achtkern, CPUs etc. Wir dürfen also gespannt sein. Ach ja, und Achtkern, Fernseher, da soll es auch das eine oder andere neue Modell geben an der CES. Ja, das Jahr ist nicht mal sechs Tage alt und Google stellt wieder mal was in Richtung Friedhof. Vor kurzem wurde ja Google News und Kiosk umgekrempelt und so weiter und da sind jetzt auch die digitalen Zeitschriften rausgefallen. Google News in dem Sinn gibt es weiterhin noch, aber eben die Zeitschriften und die Magazine nicht mehr. All diejenigen, die vor kurzem noch was gekauft haben, haben das letzte Geld zurückbekommen, also das Geld der letzten Investition zurückbekommen. Alle anderen, ja, die dürfen noch auf die Publikationen zugreifen. Die Frage ist, wie lange das so sein wird und ob man im Nachhinein die ganzen Publikationen behalten kann oder exportieren oder was auch immer. Dazu weiss man aktuell noch nichts. Wer also darüber gekauft hat, sollte sich informieren. Es geht nicht mehr lange. Google Maps hat die Möglichkeit von Satellitenbildern und über die finden Erfinder immer wieder mal lustige Geschichten von irgendwelchen Statuen, lustigen Verschmierereien oder Menschen, die geköpft wurden etc. Also geköpft nur digital logischerweise. Alles Mögliche findet man in diesem Internet, in verschiedenen Foren etc. Und was jetzt zutage gekommen ist, war ein Auto. Jemand hat sein altes Haus angeschaut, wie das mittlerweile ausschaut. Vor über 20 Jahren hat er da gewohnt. Es hat ein bisschen Umbau gegeben, neue Häuser etc. Und einen künstlichen See. Und in dem künstlichen See wurde ein gelbes Auto gefunden, dank seiner Hilfe. Er hat dann nämlich Leute aus der Umgebung angeschrieben, die sind mit der Drohne drüber geflogen. Das Auto war wie auf den Satellitenbildern da noch drauf. Die haben dann die Polizei verständigt. Und schlussendlich wurde durch eine DNA-Probe eine Person, die im Jahre 1997 als vermiss gemeldet wurde, endlich gefunden. Interessant, interessant, für was man solche Technologien und natürlich viel Zeit noch gebrauchen kann. Ich denke, das wird den ein oder anderen anstacheln, sich da auch mal was zusammenzusuchen. Bei Amazon gibt es einen Teil der Mitarbeiter, die sich dem Amazon Employee for Climate Juices zusammengeschlossen haben. Das ist eine Aktivistengruppe. Und ja, Amazon geht jetzt dagegen vor. Da gibt es natürlich grosses Gewetter in den Medien, weil eben Amazon dagegen vorgeht. Ich sehe es natürlich auch aus Seiten des Unternehmens, denn all die Mitarbeiter haben beim Arbeitsvertrag unterschrieben, wie das kommuniziert werden darf. Dass eben kein Individuum darüber in der Öffentlichkeit oder vor der Presse gar kommunizieren darf, sondern dass interne Geschichten immer über die Presse rausgehen, also über die Presseabteilung etc. Und da ist natürlich jetzt gutes Recht von Herrn Bezos, die Leute zu feuern, wenn denn dann so wäre. Zumindest wurden sie verwarnt. Ich kann aber auch die Gegenseite verstehen und würde es jetzt schöner finden, wenn Herr Bezos da jetzt hervortreten würde und etwas in die Richtung ankündigen täte, wie sie sich in Zukunft verbessern würden. Weil dann hätten alle gewonnen. Weiter geht es mit Microsoft und Werbung. Und da hat auch etwas mit Apple zu tun, logischerweise wie vielfach so in diesem Internet werden Vergleiche immer mit Apple gezogen. Und das wurde jetzt gemacht. Man hat geschaut, wie viel das Microsoft ausgibt für die Bewerbung ihrer Surface-Modelle. Das sollen anscheinend im Vorjahr 219 Millionen US-Dollar gewesen sein für TV-Werbung etc. Man hat einen Vergleichswerk gezogen mit Apple. Beide Zahlen, wie gesagt, nicht offiziell von den jeweiligen Unternehmungen. Es sind 49,1 Millionen. Und wenn man das dann vergleicht, die Ausstrahlung, da hat Microsoft logischerweise mit mehr Geld auch deutlich mehr Reach erreicht. Wenn man es aber im Gegensatz setzt zu dem, was Surface und wahrscheinlich Apple mit ihren Modellen umgesetzt haben, ja, dann schaut das schon wieder ein bisschen anders aus. Aber immer wieder spannend, solche Zahlen aus dem Hintergrund zu hören. Auch wenn sie eben nicht offiziell bestätigt sind. Xiaomi hat sich einen Plan zurechtgelegt, denn Huawei und Amerika, die streiten sich nach wie vor. Zumindest die USA, nicht der Rest von Amerika. Und das schaut noch lange nicht nach einer Besserung aus. Und deshalb hat sich auch Xiaomi, wie wahrscheinlich so einige chinesische Unternehmen, zumindest grössere und die auch internationale Beziehungen haben und Möglichkeiten ausloten möchten, Gedanken gemacht, wie sie dahingehend vorgehen werden, wenn es bei ihnen mal läutet und sie dann nicht mehr dürfen. Deshalb hat man unter anderem auch in Halbleiter und generell in Zulieferer investiert, dass sie da Möglichkeiten haben, sofern es kommen würde, dass sie dann auf andere Quellen zugreifen könnten. Wie es ausschaut mit Android, ihre Devices setzen ja auch auf Android und den Google-Diensten, und dazu hat man sich noch nicht Gedanken gemacht. Die Welt und auch ein paar Tech-Blogger machen sich natürlich Gedanken, dass sich zum Beispiel Xiaomi dann mit Huawei zusammentun könnte und sich am Harmony OS beteiligen könnten, womit dann ein grosses und vielleicht starkes chinesisches Betriebssystem auf den Markt kommen würde, wenn es dann kommt. Jetzt fehlt uns noch das europäische OS und dann haben wir den Salat. Ach nee, die Suppe oder was auch immer. Ja, das waren es die Neuigkeiten, die ich heute für den Montag für euch hatte. Wie gesagt, oder letzten Freitag gesagt, ich vertrete ja den Achim, da er aktuell an der CES ist. Er wird uns dann in der nächsten Woche in der Geek Talk News Folge sicherlich einiges über die CES erzählen können und was er alles so erlebt hat da drüben. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag und startet gut in die Woche. Wir hören uns wieder, wenn ihr mögt. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Achtung.